Zielwert suchen In Excel kann man auch Zielwerte suchen. Wenn sich ein Kapital bei 3% Zinsen nach 10 Jahren auf das 1,35-fache erhöht, können Sie umgekehrt auch berechnen, wie hoch der Zinssatz sein muss, damit es sich zum Beispiel verdoppelt. Erstellen Sie, wie im Video ersichtlich, eine einfache Zinseszinskalkulation. Zur Zielwertsuche klicken Sie nun auf die Registerkarte Daten und wählen darin Was wäre wenn-Analyse und weiter den Befehl Zielwertsuche. Als Zielzelle wählen Sie die letzte Zelle mit dem Kapitalwert nach 10 Jahren. Im Feld Zielwert geben Sie 2000 ein und danach klicken Sie auf den roten Pfeil neben dem Feld Veränderbare Zelle und anschließend auf die Zelle mit dem Zinssatz, C1. Bestätigen Sie mit OK. Sie sehen sofort, dass der gesuchte Zielwert 7% ist. Wenn Sie die Zelle entsprechend mit Dezimalstellen formatieren, erfahren Sie den exakten Zinssatz für die Verdopplung des Kapitals.